Ähm, so, new game. Ich hab zwei. Danke, Klipp, ihr das lieben. Nachdem ich beide Flaschen bezahlt hab. Aber ich darf schon Bäume töten. Danke für die Riesa, Finja, danke schon mal. Danke für die neuen Monate. Dankeschön, Finja. Meine Maus ist da, sorry. Geh hinter mich. Island of NN. Dominik ist einfach verschwunden. Dein Hass auf Bäume muss ich nicht verstehen, richtig. Tani, Natur ist böse. Es tut mir leid, Tani. Für Töhmchen in Kamin. Ja. Können wir verkaufen. Und dann werden wir reich. Ich verschwinde mir nicht. Einfach so. Wow, Dominik. Weißt du, jetzt musst du auch nicht mehr anfangen, ja? Noch läuft's. Hä? Ihh? Hä? Hallo, Hanni. Dankeschön, Klepi, für die zwei Subgifts. Vielen, vielen Dank. Dankeschön für das Subgift an Turtlespot. Hast getroffen, ne? Und an Tunisher, dankeschön. Oder Tannischer, wie Punisher. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Danke, Klepi, für die zwei Subgifts. Ihh, das ist voll... Irgendwie, irgendwie ist es eklig. Können wir das nicht machen? Ach, hinten kann ich auch raus. Okay, ich gehe. Ich kann nicht boxen. Es ist nicht arg. Access the UI by pressing Tab. From here you can craft, build, manage inventory and consume items. Find fresh water. Okay. Aber ich habe keinen Durst. Hey, ich habe keinen Durst. Dankeschön, Klepi, für die insgesamt schon 300 Subs. Dankeschön. Wie trinke ich denn? Oh, ist das schön. Au. Venom detected. Ich bin vergiftet, toll. Mann, was ist mit mir? Kjord, by cooking, was? Nee, lieber nicht, Kayla. Ich vergifte mich zu gern. Also, ich glaube, ich bleibe lieber in dem Land, wo es nicht so giftige Sachen gibt. Aber eigentlich so schlimm ist es ja nicht, oder? Also, ich sehe jetzt nicht, dass meine Herzanzeige so weiter runter geht und so. Eigentlich geht es mir ganz gut, oder? Das erinnert an Green Hell. Ich glaube, ich glaube tatsächlich nicht, dass es in die Richtung geht. Also, ich meine, klar, es ist ein Survival, aber ich glaube, es ist nicht so. Also, zumindest von den Trailern und so ist es eher entspannter. Ich soll frisches Wasser finden. Ich meine, hier ist überall Wasser, aber das ist wahrscheinlich Meerwasser, richtig? Ist der Bubbel, ist der mein Ziel? Ich gehe mal dem Bubbel hinterher. Posi-Game, das ist ein Urlaubsimulator. Äh, ich weiß nicht, wie oft du dich im Urlaub vergiftest, aber ich hoffe nicht. Ich schwank den gut. Ja, mal gucken, ob ich das richtig verstanden habe. Was? Teal Majesty, okay. Ein Kaninchen! Was ist das? Sein Bubbub. So, wir gehen jetzt mal da zu dem Bubbel. Ich hoffe, das ist einfach der Questmarker oder so. Oh, was ist das? Bananen! Starfruit, fast. Hä, die Starfruit war bei Star Valley immer voll viel wert. Und, sterbe ich gleich an... ...Blutegeln im Magen? Äh, warte mal. Kann ich mir... ...Rabbit Trap... ...Achso, nee, da wollte ich nicht... ...Was? Luxury? Okay. Basic Shelter, was ist das? Äh, Dead Plant Fiber. O, ne, Kokosnuss... Äh, 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 äh... in uns mit hausen krenten kontrol in the tool menu was kraft ding danke für den hype train leute dankeschön und hallo probiert hallo die ersten parasiten hat ich hoffe noch ganz lange aber falls jemand tote pflanzen sie schrei ist so eine tote pflanze aber kriegt keine axt oder so und schwer ist halt jetzt nicht set gute pflanzen fieber da ruft jemand an oder ist es tote pflanzen ich liebe tote pflanzen pilze gibt es noch mehr tote pflanzen wie groß ist es hier habe ich eine map nee ist aber schon hübsch ne mehr tut das oh nein da gehe ich nicht mehr hin was ist das ich bin voll im strom ich habe noch nicht mal hier gedrückt also meine vergiftung ist fortgeschritten ich glaube wir werden lange überleben kommen wir um die strand da kam ich her richtig nee bloom meditation points are found all over each biome and can each be used once daily was simply take a deep breath meditation in as the orb expands and slowly release breathe there is no right or wrong way to meditate here if you'd like you can close your eyes and breathe at your own pace just settle into a comfortable position and allow yourself to relax was everything is okay as it is as you meditate your spirit meter will restore spirit restored ohne baby ich glaube ich habe noch nie baby bananen probiert ach so auf deinem balkon ja klar klebe auf geht's ups und jetzt ich mache eine base ich meditiere jetzt nicht mehr mir reicht es habe genug meditiert mein stress level steigt wenn ich zu viel meditiere warum ist da ein haus muss ich dahin oh das ist hier aber schön aber ein bisschen klein oder ich gehe mal was brauche ich dafür was brauche ich dafür eine gelbbacken schildkröte ist es wirklich eine gelbbacken schildkröte kennst du dich mit schildkröten aus schmeckt die ist die giftig ist sie ist sie lieb ähm ich sollte vielleicht dem tutorial folgen ich bin verwirrt ich gehe da wieder zurück ich dachte ich gehe dahin wo es wasser war aber irgendwie glaube ich glaube ich habe mich verlaufen ich bin mir noch nicht so sicher wo ich bin ist das trinkbar dann bleibe ich hier ja ist auch nicht salzig oder ich trinke das und mir geht es besser richtig ich glaube das spiel dachte nicht dass man sich jetzt schon vergiften kann oh süß äh nee wie ist denn die okay mausrad hör auf dich zu drehen ist das der controller manche spiele kommen mit controller nicht klar egal es ist schief aber die hatte doch einen gelben kopf und keinen gelben bauch zu early to sleep ich soll was essen wer sagt dass ich schon was hat das ist eine backseat gamer stimme das ist eine backseat gamer stimme und was soll ich jetzt die ganze zeit machen ich sterbe mir geht es nicht gut cook flowers to create tonics cool das ist kein ich habe ja nicht mal einen topf wo ist denn meine äußer jetzt hin ach da ist sie jetzt fertig äußer schnell kann ich mit der was kochen warte mal das hat nicht geklappt denn wir sind gleich tot ach echt ist mir auch schon aufgefallen dankeschön cooking pot clay und gemstone äh wie sammle ich die denn ich bin ein bisschen ein bisschen überfragt gerade aber kann ich vielleicht einfach eine pflanze essen nicht mehr wie kriege ich das kein webergrill aber tschuldigung ist das eigentlich folge eins von luna versus wald ich hoffe nicht ich hoffe nicht jetzt würde mich heiß ich sterbe schon als die angst zu verhungern ne ne nicht angst zu verhungern guck meine hp an weil ich bin nämlich vergiftet ich glaube ich habe das tutorial besiegt in dem es nicht wusste dass ich so gut bin ähm die frage ist nämlich hier ist halt nix zum töten hier ja ich weiß glaubst du das habe ich nicht gemerkt aber ich weiß nicht ob es noch hilft Oh, das ist ein Wasserfall. Wo auch immer wir hier sind, ich will hier wieder hin. Oh, Kohle. Wo soll ich Kohle hernehmen? Es wird plötzlich so dunkel vor Augen. Wir versuchen es noch mal, ne? Bevor wir vor dem Tutorial tot sind. Ich denke, ich bin auch so ein bisschen gesammelt, Kohle. Vielen Dank. Ja, das haben wir schon gehört, danke. Also, ich würde sagen, wir gehen erst mal nicht baden. Ach so, ja, danke. Ich weiß alles. Ich habe alles gelernt. Oh, die sind schon tote Pflanzen. Perfekt. Ich glaube, die wollten einfach, dass man hier auf dem Platz stehen bleibt, ne? Oh, was ist das denn? Eine Feder und ein Ei. Oh, der ist aber hübsch. Ich sammle da mal, ne? Hä? Ich wollte es mitnehmen, danke. Äh, da ist die Starfrook, die nehmen wir mit. Ah ja. Es war so knapp. Na ja, weiß ich nicht. Was ist... Ist das der Meditation-Ding? Okay, ja, wir meditieren kurz. Das ist kein Arg-Verschnitt. Aber danke für den Euro, Vivian. Dankeschön. Das ist ein wunderschönes, süchtes Spielchen. Also, vielleicht sollte ich erst mal... Ja. Ich habe... Ich habe... Ja, ja, das machen wir schon. Danke. Ist der Urlaub so schön, du bist sterben? Aber ja, ich weiß auch nicht, was das soll. Hier ist das kleine... Es sieht anders aus als gerade eben, oder? Fast hättest du 19 Uhr erreicht, das stimmt. Ich weiß nur nicht, ob Schlafen gegen Verkiftung hilft in diesem Spiel. Ich meine, es ist ja nur ein Basic-Shelter. Ich bin ja nicht gezwungen, da zu bleiben, richtig. Aber ich fand unseren Spot halt echt ganz süß mit dem Wasserfall. Und ich hätte ihn eigentlich, ehrlich gesagt, gern wieder... Ist jetzt nicht so, dass ich sterbe, wenn ich ihn nicht wiederkriege. Aber er war schon hübsch. Ich sag, wie es ist. Okay, ich gehe ans Wasser. Also an das kleine Pfützchen, wo wir gerade waren. Auch hübsch. Ja, aber da ist kein Wasser. Also ich brauche schon frisches Wasser. Vielleicht gibt es ja irgendwann sowas, dass man mit dem Kochtopf dann das Wasser abkochen kann oder so. Aber erstmal fürs erste kleine bisschen bleibe ich hier. Aber hier gibt es wenigstens Trinken. Hallo? Ich nehme den doch mit. So war es ja mein Trinken. Ein kleines Pfützchen extra für mich. Das passt schon. So. Wir versuchen jetzt mal nicht zu sterben. Es wird schwer, aber... Find food. Habe ich schon Essen dabei? Ich habe ein Ei. Ja gut, ich habe die. Mach ich. Äh. Was? So will er... Was hältst du? Sleep when ready. Kann ich ein Ei kochen? Nö. Das macht man so. Bitte keine Fragen. Bitte keine Fragen. Das macht man so. So lebt man hier. Finde ich das wieder, wenn ich irgendwo hingehe? Das aber lieb, Kayla. Den NN Fruit. Ne NN Fruit, das ist doch eine Mango. Bitte, da kenne ich doch. The roof. The roof. The roof is on fire. Ein Ei. Eine Ibu. Die Ibu hätte ich davor brauchen können. Äh. Okay. Ich hatte kurze Zeit ein bisschen Sorge, dass ich mich verlaufen habe. Hä, was ist das denn? Gobbel, Gobbel. Gobbel, Gobbel. Ein Gobbel, Gobbel Chat. Die gibt es ja alle. Gehen wir spazieren, Gobbel, Gobbel. Oh, hier ist es ja beautiful. Mit Dachheizung. Hier ist es viel schöner. Oh. Ich bin mir nur im Saufen. Es tut mir leid. Ich brauche das. Oh, was dann? Was? Hä? Ich bin einfach so zurückgeflogen. Hier ist krasse Strömung am Werk. Ich sag's euch. Hier ist viel schöner. Ich will hier das bauen. Hä? Hier ist überall schön. Such die Badies-Quelle. Ja, ich muss ja probieren, ne? Sonst weiß ich ja nicht, was drin ist. Viel Erfolg, Dominik. Begin meditation. Die Strömung der Pfütze. Ja. So, Chat, meditieren. Spirit restored. Danke. Ich glaube, ich baue einfach eine neue Hütte. War das mein? Das ist ein Fisch. Oh, Essen. Aua. Erst mal Kopf anhauen. Das ist ein Fisch. Bin ich jetzt im Kreis geschwommen? Also, nicht, dass ich's mir zutraue, aber vielleicht. Can we harvest it using quantum control? Was ist das? Quantum control? Ach, er. Mein Bild... Quantum control engaged. Was? Warte mal. Ha. Warte mal. Ha. Komm, wir haben einen Fisch gestoßen. Wir haben uns jetzt keine Kopfschmerzen. Noch ne Beule. Und Blut. Quantum control engaged. Ich hätte vorhin schon den Kochtopf machen können. Das sagte Brani auch. Ne. Hey, stopp, 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 stopp. Mein. Hey, jetzt warte doch mal. Hallo? Achso, ich hatte es noch an. Quantum control engaged. Hey, warum war jetzt bei denen was ab und bei denen nicht? Quantum control engaged. Ey, warum kommt manchmal da was raus und manchmal nicht? Einmal bit irritated. Ich kann's nicht sagen. Ich kann's nicht sagen. Oh, ne. Oh, ne. Oh, ne. Rolltiefe rein. Warte. Oh, ne. Jetzt rollt doch mal. Das ist halt erst 13 Uhr. Davor haben wir viel länger gebraucht. Ich kann jetzt alles abfahmen. Alles ist easy. Und soll denn der arme Kocher in den Topf? Muss. Muss immer. Wie schön habe ich so? 21 Clay und 11 Gemstones. Gut. Ich weiß jetzt eh nicht mehr, wo ich bin. Ich weiß jetzt eh nicht mehr, wo ich bin. Also, es war offiziell Horror, aber es war nicht so richtig Horror. Es war lustig, aber... Also, gruselig war es jetzt nicht. Ähm... Ich bin mir noch nicht so sicher, aber... Schnauze da drüben. Ich glaube, ich finde mein Haus nicht mehr. Komm zurück, Dominik. Ich glaube, der Lachs ist gegessen. Oh! Wir sind am Wasserfall. Okay, neues Haus. Äh, äh, äh. Stickidi, Sticksticks. Genau, lass dir schmecken, Dominik. Äh... Sticksticks. 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 Ich kann mir jetzt zwar die Hütte bauen, aber ich kann mir kein Feuer machen. letzter Bitterproblem. Aber hier ist halt schon schön. Boah, hier gibt's überall Fe... Ach so, das ist doch Wasserfall, ich dachte gerade... Äh, warte mal. Nee, gut. Ist kein Aggressionsfisch. Alles gut. Ah. So. Crafting. Basic Shelter. Oh. Naja. Schön ist nicht. Ich hab gerade die falsche Tasse gedruckt. Ich glaub, das wird keine Probleme machen, oder? Boah, es ist noch so früh. Aggressionsfische, ja, so Piranha halt. Das sind Aggressionsfische, weil die Aggressionen ausleben. Hotelistin. Einsamunberührte Insel entdecken und erstmal überall Hotels abbrauen. Ja, klar. Man muss ja gucken, wo man bleibt, ne? NN Fruit. Boah, das gibt Dünnschüsse, sag ich euch. Also, ich glaub, so viel rohes Obst ist nicht so gesund auf leeren Magen. Hallo? Ja? Kann ich mir jetzt einen Schwärmer? Ist super sicher, so kann man hier, was wir sehen, ins Feuer laufen. Richtig. Regen ist aber auch nicht safe. Äh, der Regen verdampft, äh, das Feuer verdampft den Regen. Can be accessed through the tool menu by pressing R. Ähm, Survival. Ein Raincatcher. Brauch ich nicht. Ich brauch einen Stock, damit ich mir einen Cooking Pot machen kann. Weil auch wenn ich jetzt was jage, kann ich es noch nicht kochen. Oh, das Meditationsding sollte ich nehmen. Aber dann verliere ich mein Haus. Oh, ist er tot? Animals can be harvested using Quantum Control. Okay. Ach, X kann ich auch einfach drücken. Quantum Control engaged. Sicher doch. Oh, heiliges Fleisch, komm zu mir. Nee, ich bin kein Gobbelgobbel, Kayla. Ich bin kein Gobbelgobbel. Gobbelgobbel vor allem. Gobbelstone. Richtig so in die Anzeige, die gerade auf Null geht. Äh, das ist die Meditation. Deswegen meine ich das vielleicht. Das ist kein Meditationsding. Kack. Pissar. Oh, oh. Aber Meditation kann uns doch nicht töten. Also fehlende. Zu viel Meditation vielleicht, weil uns der Popo einschläft. Und dann kommt ein Raubtier. Und dann können wir nicht aufstehen. Oh. Ist das eine Brücke da hinten? Ich kann doch überall meditieren, oder? Wage, wage. Aha. Ich ignoriere das mal. Wasser kann uns doch nicht töten. Ich... Oh, nee. Oh, oh. Oh, okay. Sieht legit aus, oder? Ich hab zu wenig meditiert, ja. Guck, guck, guck. Antisept. Antivenom. Breakfast. Breakfast scramble. Meat stew. Ne Baked potato. Spirit boost. Ich brauch die Baked potato. Essen gibt's Spirit boost. Ich wusste es schon immer. Warte mal, was? Die backt aber real-time, oder? Er hat schon schlaft, als erster Kohl. Ja. Ja. Kann ich auf hier was gucken? Da hast du eine Prozentanzeige. Die geht auf jeden Fall schneller, als die Baked potato. Ich glaube, du hast nicht nur eine reingemacht. Ich weiß nicht mal, woher ich eine Kartoffel her hab. Wie ich ehrlich bin. Guckt, liebe Grüße, Meat. Ähm. Da geht der Glaube natürlich nicht hoch. Toll. Jetzt hab ich umsonst was gegessen. Hm. Kandim ist da hier wirklich. Äh, die Problematik ist, wenn ich jetzt meine Baked potato... Baked potato. Baked potato da drin lasse. Wird die da nun schlecht? Also verbrennt die. Meine Meditation... Es sterbt doch nicht an zu wenig Meditation. Komm. Beut, geh. Also das wäre ja der dümmste Tod, den es gibt. Und Untergeschoss-Pool, bitte. Es ist halt noch nicht mal ansatzweise 19 Uhr. Die Zeit vergeht sonst im Leben viel schneller. 10% sind nicht viel. Pathogen-Boost. Malnutrition. Was Malnutrition gibt, okay. Spirit-Boost. Mushrooms-Potato. Und was, ich kann Eis schmelzen? Es gibt Eis? Okay, das ist irgendwie cool. Okay. Ich versuch mal, zu saven. Also ich save. Und dann gucken wir mal kurz, ob wir vielleicht innerhalb von anderthalb Stunden noch ein Meditationsding finden. Meditations-Einwerfen. Meditations-Einwerfen. Wuhu. Oh Gott. Oh Gott. Batman? Es war die ganze Zeit so nah. Ted, wir meditieren jetzt ausgiebig. Einatmen. Ausatmen. Einatmen. Ausatmen. Meditation. Eis. Oh Gott. Oh Gott. Und? Seid ihr schon entspannt? Geht's euch schon besser? Spürt ihr die innere Mitte? Aber muss ich dann überhaupt schlafen? Ich meine, also da, wo jetzt das Meditationsding ist, wäre ja normalerweise Schlaf. Ich weiß aber auch nicht, die Rezensionen haben so rumgemeckert, weil ich wusste nicht, wie das Meditationsding aussieht. Aber es hieß halt, das Meditationsding ist so scheiße und es mag ja keiner. Und ich denke mir halt so, hä, ist das genauso, wie wenn du da wartest, bis der geschlafen war, oder nicht? Die innere Mitte spürt er in den Schlauchskloten. Ey. Wir entspannen hier gerade. Kann ich Bäume fällen? Kann ich kleinere Bäume fällen? Nein. Okay. Ah ja, ich hab's versucht. Wir haben eine halbe Stunde meditiert, jetzt geht's weiter. Da komm ich nicht hin. Warte mal, wenn ich das anhaben. Quantum Control engaged. Das sieht jetzt nicht so natürlich entstanden aus. Gibt es hier Menschen? Was? Vier Eier. Oh Mann, ich muss eine Schildkröte töten. Hä? Okay, also da können sie nochmal so anarbeiten, würde ich sagen. Ich bin hinterm Hotel verlaufen. Ne, ich bin extra in die andere Richtung gelaufen. SM Meet. Oh oh. Oh oh oh. Okay, da ist ein Meditationsding. Da kommen wir nicht her. Oh mein Gott, wie soll ich denn jetzt im Dunkeln den Weg nach Hause finden? Warte, hast du hier? Hat jemand eine Karte dabei? Oh. Es war ja direkt vor der Tür. Also ein Meet & Beat? Ja. Das hätte ich vielleicht mal ausmachen sollen. Ach so, warte mal. Ich mach's mal aus und jetzt schlaf mal, ne? Too early to sleep. Es ist schon voll dunkel. Es ist schon voll dunkel. Du kannst nicht... Nie. Kommen jetzt die wilden Tiere raus? Wo hab ich die Potato her? Ich... Spirit boost. Fruit custard, okay. Honeycomb. Regnet's. Oh. Ach so. Ich dachte, hä? Was mach ich? Regnet's. Nee, ist Wasser, ne? Ach, ist der Wasserfall, nur. Ich hab den ganzen Tag überlebt. Das ist schon krass. Find Ruins. Find Ruins? Herrge... Muss ich jetzt... Trotz der Dank weiß ich, wo eins ist. Ruins activated. Warte, war's activated? Ich hab noch durchgeschlafen. Das ist viel beeindruckender. Du meinst, weil bei Forest ging das nie? Hier war eins. Das weiß ich. Die Frage ist nur, ob das so schlau ist. Seht das als Ruine? Ich glaub, ich muss jetzt sowieso meine Dings aufgeben. Ich glaub, ich muss weiter. Okay. Begin Meditation. 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 Das sind komische Klamotten an. Das waren keine Ruinen? Wie jetzt Find Ruins? Okay, Chat, es ist Zeit, unser Lager aufzugeben. Ich glaub, wir müssen weiter. Ich glaube, wir sind aus dem Wasserfall gewachsen. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Schlaf gut. Träumt dafür. Schön, dass ihr da wart. Ruinen. Dann hätte ich mal das andere Miet noch geguckt, ne? Ein Taulager, ja. Ein Taulager, ja. Wir werden dich nie wiederfinden. Ähm, das bezweifle ich auch. Also ich denke, du hast damit recht. Ich würde es wahrscheinlich jetzt gerade noch so finden, wenn ich mich wirklich anstrengen und Glück hab. Aber dann... Nee, nee, nee. Aber dann... Nee, nee, nee. Nee. Oh, ein Keiler. Ich bin krass, okay? Das ist nicht seine Schuld. Ich bin einfach nur krass, okay? Nee, der hatte Zähne. Also richtig lange Zähne. Large meat. Das ist eigentlich gerade... Ja, ne? Also... Ich finde... Die Kreisen stehen wieder direkt davor. Aber es wäre schön. Wir wären wieder zu Hause. Geh mal zum großen Norden, ne? Aber find runes and meditate. Wir haben doch meditiert gerade. Hat das nicht gezählt? Was? Was? Was hat mich hier gerade angegrunzt? Also ich hab das gehört, ne? Oh, jetzt regnet es wirklich. Wo sind deine Frischlinge? Wo sind deine Frischlinge? Obwohl, eigentlich brauche ich keinen Shelter. Ich brauche eigentlich nur kurz einen Firepit. Und einen Cooking Pot. Und ich meine, wenn wir schon dabei sind... Es regnet gerade. Ich mach einen Raincatcher, ne? Ich hab gar nicht getroffen. Natürlich hab ich getroffen. Also das ist aber mal ein schöner Raincatcher, ja? So. So, da würde ich sagen, kochen wir mal, hä? Hä? Ähm... Ich hatte noch Quantum Control an. Also, nee. Kann ich das jetzt noch da drunter bauen oder nicht so? So. Ich nehme das als Nein. Kann ich hier was trinken schon? Gut, dass ich jetzt nicht irgendwie was Dummes gemacht hab. Weil sonst könnte man ja denken, ich hätte was Dummes gemacht. Geht das Feuer, obwohl da, äh, Regen ist? Ich meine, der Topf müsste ein bisschen was abhalten. Ich hab immer noch keine Pilze. Warte mal, ich koch mal hier nur. Ist halt echt gut zu lesen. Quantum Suicider. Oh. Oh. Der war nicht schlecht. Der war nicht schlecht, Leute. Gibst du, der war nicht ganz so schlecht. Ähm... Ich hätte gern Pilze. Ich find keine Pilze. Aber davor hatten wir Pilze. Wir hätten so schöne Pilze gefunden. Da fällt die ein. Was fällt dir ein? Was fällt dir ein? Wirklich, was fällt dir ein? Locker. Schlimm. Ob Dye mit Ei verwandt ist? Also da die Person, ich weiß nicht, welcher, äh, welches Geschlecht die Person hat. Ähm, deswegen sag ich jetzt die Person. Ich glaube, es ist eine Frau, ich bin mir aber nicht sicher. Ähm, hat immer gesagt, das ist der Zero Escape angelehnt. Und da Ei von dem Zero Escape mache ist, kann schon sein, ja. Vielleicht möchte sie gern verbannt sein. Keine Drogen am Steuer. Aber ich fahr doch gar nicht. Begin meditation. Wieso ist da ein gelber Böbel dran? Warum ist da eine gelbe Kuppel? Ist das Fleisch einfach ins Feuer geworfen? Hä, sieh, so kocht man! Einfach Fleisch ins Feuer werfen, richtig. Klepi hat's verstanden. Aber sind das Ruinen? Dominik, isst du noch? Oder bist du fertig mit Essen? Kannst du vielleicht mal rausfinden, was diese Runes sind zum Meditieren? Da oben, das Find Runes and Meditate. Das wird doch bestimmt schon mal jemand irgendwie gemacht haben. Weil ich bin gerade überfragt. Hallo, Senzu. Hallihallo. Eine Kokosnuss. Wer hat die Kokosnuss? Wer hat die Kokosnuss? Wer hat die Kokosnuss geklaut? Kann ich hier nicht trinken? Tabakko. Ich mache mir zu viel Arbeit. Oh Gott. Das machen die meisten. Kochen. Braucht einfach nur. Liebe. Und den richtigen Griff. Aua. Sind das keine Ruinen? Das sind Ruinen. Boah, da ist das Endloch. Hundertprozentig ist das das Endloch. Hallo? Hallo? Eine Fledermaus. Entschuldigung. Pff. Äh, es regnet in die Höhle. Hast du eine Map? Ich glaube nicht. Also ich drücke M, aber das heißt halt auch nichts. Äh, ich sollte mein Essen essen. Ups. Habe ich hier vielleicht? Nee, ne? Warte mal. Chattings? Chattings? Nee. Nee. Oh, schug. Headlamp. Habe ich eine Headlamp? Okay. Wieso regnet es hier rein? Ich finde das gemein. Das sind wohl die Ruinen. Also sind die, sind die eine Sache? Hä? Hä? Hä, da sind keine Ruinen. Muss ich jetzt wirklich genau die eine Kugel finden? Da ist ja nicht mal irgendwas, was man sieht. Da ist ein Felsen. Überraschung. Hier sind überall Felsen. Chat, ich lasse mich nicht unterkriegen. One time control engaged. Oh, dankeschön Lima. Oh, das freut mich. Dankeschön. Dankeschön. Vielen Dank für die lieben Worte. Dankeschön. Du bist auch kostbar. Dankeschön.